Köln feiert Helene Fischer emotionaler Moment am Unglückstrapez. Ich bin auch nur ein Mensch. Als Helene Fischer, 39, am Freitagabend, 25. August 2023, eine halbe Stunde vor Mitternacht auf der Bühne der Lanxess Arena steht, ist nicht mehr ganz klar zu erkennen, ob ihr nur der Schweiß die Wangen herunterläuft oder auch ein paar Tränen. Köln, ihr wart der Wahnsinn. Ich werde sehr beseelt in mein Bett gehen, sagt sie zu den 16.000 begeisterten Fans. 153 Tage mussten die sich gedulden. Statt am 25. März ging genau fünf Monate später das Fischer-Fieber in Köln los. Helene Fischer, Konzert in Köln mit fünfmonatiger Verspätung. Strömender Regen- und Verkehrschaos draußen, große Euphorie rund um Deutschlands erfolgreichste Entertainerin drinnen. Als das Intro zum ersten von sieben Helene-Konzerten in Köln ertönt, richten sich die Blicke der 16.000 Fans auf einen roten Stoff Diamanten. Aus der Höhe schwebt die Sängerin im Henkelmännchen zur Bühne. In nur einem Moment kann sich alles drehen. Wir haben uns schon so lang nach diesem Tag gesehnt, lauten die Textzeilen zu, 0 auf 100. Das Publikum wird sofort um den Finger gewickelt. Mit euch an der Seite ist alles viel leichter. Bis hier und noch weiter, schmachtet sie in, genau dieses Gefühl. Freunde, das wird groß heute. Ihr habt euch die Show sowas von verdient. Seit März wartet ihr drauf. Wir brennen für euch. Heute wird es magisch. Wir hatten Sommerpause, das fühlt sich wie eine zweite Premiere an, lauten ihre ersten Worte. Dutzende Male ruft sie euphorisch, Köln, zwischendurch. Was für eine Energie. Ihr seid fantastisch. Sie weiß, was ankommt. Bei Proben im März zog sich die Sängerin bei einer Drehung am Trapez einen Rippenbruch zu, sodass der Start der Tour um drei Wochen verschoben werden musste. Vor zwei Monaten war ihr die Performance beim Song, Wunden, zum Verhängnis geworden. Als sie sich vom Trapez in die Arme von Akrobat Gehem Kauchheus, 32, fallen ließ, knallte sie mit dem Gesicht gegen das Turngerät und blutete. Die Show musste abgebrochen werden. Die Narbe an der Nase ist weiterhin sichtbar. Entsprechend angespannt zeigt sie sich zunächst in Köln. Ich bin extrem emotional heute. Es fühlt sich großartig an, zurück auf der Bühne zu sein. Natürlich auch aufgrund der Verletzung, erst war's die Rippe, dann ist auch das letzte Konzert ein wenig abrupt zu Ende gegangen, und wir möchten alle nicht noch einmal so etwas erleben. Aber wie ihr seht, mir geht es fantastisch. Das war's die Rippe, dann war's die Rippe. Das war's die Rippe, dann war's die Rippe. Das war's die Rippe, dann war's die Rippe.